Hallo zusammen, ich bin Martin. Ich bin im dritten Lehrern als Anlagenführer bei DB Brown. Heute zeige ich euch ein bisschen mehr über meinen Alltag. Kommen wir mal mit. Wenn du Anlagenführer werden willst, musst du gutes technisches Verständnis haben. Gut in Mathe sein, weil man viel mit Zahlen zu tun hat. Und du musst genau und aufmerksam arbeiten können. Das Coolste an meiner Lehre finde ich, dass man mit vollautomatisierten Maschinen arbeitet, die die neuesten Systeme drauf haben. Das finde ich extrem spannend, weil man so die Fortschritte in der Roboterwelt miterleben kann. Als Anlagenführer geht man einmal pro Woche in die Berufsschule. Die ist in Olten. Dort hat man Fächer wie zum Beispiel Anlagen und Produktion, Hygiene, Sicherheit und Umwelt oder Allgemeinbildung. DB Brown ist ein weltweites Unternehmen, das in der Pharmaindustrie tätig ist. Speziell bei uns in Senpach produzieren wir zum Beispiel Desinfektionsmittel, Handzeifen oder Handcreme. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr über meinen Berufsalltag als Anlagenführer gesehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir euch jetzt bei uns bei DB Brown. Tschüss zusammen.